Einen wunderschönen guten Tag Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Es hat länger nichts mehr gegeben und ich habe heute eine krasse Mission. Ihr seht, ich bin an einem schönen, glatten DAV-Teich. Und mein Papa hat letztes Jahr nicht einen einzigen Hecht gefangen. Ne, doch, einen Hecht hat er gefangen. Das möchte ich dieses Jahr zu Jahresbeginn schnell ändern, dass er gleich einen bekommt. Deswegen bin ich heute mit meinem Vater, derjenige, der mir das Angeln beigebracht hat, als ich klein war, aber heute zeige ich dir, wie man Hechte fängt. Heute haben wir die Mission, beim Vater einen Hecht zu bescheren. Leute, ich hoffe, wir schaffen es. Was denkst du, Papa? Schaffen wir das? Na klar, mit dir schaffen wir das. Ja, also Leute, ich hoffe wirklich, dass wir es schaffen. Wir bauen jetzt noch das Schlauchboot auf, Ruten und Teckel rein. Ich habe mich ein bisschen begrenzt. Eine Box sollte reichen. Es ist relativ kalt. Die Fische werden mit Sicherheit nicht sehr wählerisch sein, wenn was vor die Fresse kommt. Beißen sie, denke ich mal, hoffe ich mal. Und mal gucken, ob wir was fangen. So, Schlauchboot aufgebaut. Jetzt noch die Sachen reinmachen und dann können wir los. Motor läuft. Wir sind auf dem Weg zum ersten Spot. Mein Vater darf sich heute alles aus meiner Teckelbox ausleihen. Und hier hat er wenigstens mal einen richtig schönen Molix-Gummifisch in einem Barsch-Dekor. Damit fängst du bestimmt heute einen Fisch. Mein Vater hat eher was Natürliches, wie ihr gerade schon gesehen habt. Ich bin heute eher auch knallig unterwegs. Hier einmal Neongrün und hier einmal auch relativ knalliggrün. Aus dem Grund, dass die Hechte im Winter oft mal Reaktionsbisse erzeugen bzw. echt knallige Farben bevorzugen. Manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Wir werden es einfach austesten. Deswegen ist es ganz gut, dass wir beide mal eine verschiedene Farbe ausprobieren. Ich werde, glaube ich, mit dem Swimbait anfangen. Mein Vater mit dem Gummifisch. Und dann gucken wir mal so ein bisschen, wie der Tag verlaufen wird. Tja, jetzt habe ich die gute Gummifisch, dann wird es knall. Es wird knall, Leute, ihr habt es gehört. So, Freunde, wir fangen jetzt schon mit dem ersten Wurf an. Wasser ist spiegelglatt. Prübung geht, ist eigentlich auch relativ klar. Mal gucken, ob hier irgendwas geht. Ich hoffe es. Schön ans Schilf werfen. Hat es ein bisschen? Hänger oder was? Ich war da hängt es irgendwo im Wasser. Ich habe es jetzt schön ans Schilf geworfen. Jetzt im Frühjahr stehen die Hechte öfters mal schon richtig flach. Weil sie sich schon langsam mal vorbereiten zum Laichen. Gut, es ist ja noch viel zu kalt dafür, aber trotzdem kann schon sein, dass ein paar Fische hier stehen. So, Freunde, wir werfen jetzt schon seit einer Stunde. Haben noch keinen Kontakt bekommen. Ich war bis jetzt hier an diesem See dreimal immer im Sommer. Und ich habe auch nie geschneidert. Wir werden auf jeden Fall weiter suchen, probieren, ein bisschen Köder wechseln. Irgendwie müssen wir die Fische auf jeden Fall finden. Aber ich sehe jetzt schon, es wird kein so einfaches Spielchen auf jeden Fall. Aber mein Vater muss heute seinen ersten Hecht des Jahres fangen. Und da kämpfe ich für. Da kämpfe ich für. Also Leute, wir werden den ganzen Tag auf diesem See verbringen. Wir werden überall suchen, 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 bis wir den Fisch für meinen Vater gefunden haben. Leute, ich mache mir mal so einen lustigen Soft-Joc ran. Und baller den hier einmal unter den Baum. Mal gucken. Wäre schon lustig, wenn ich hier einen fange. Der bleibt wenigstens nicht hängen. Kann ich überall hinballern. Sieht doch ultra geil aus, ey. Denn da kommen ja die meisten Angler nicht hin, weil die sowas nicht fischen. Boah, der sieht so geil aus, dieser Soft-Joc, Leute. Guckt es euch an. Boah. Na ja, gucken wir mal. Einen Wurf machen wir noch. Zack, runter skippen. Da kommen wir ja wirklich überall hin. Und der bleibt nirgends hängen. Aber hier scheint kein Hecht zu sein, leider. Soll ich da nochmal? Schade, der sieht so geil aus heute, oder? Seid ehrlich. Den Köder habe ich mir ausgesucht. Und gefällt es mir. Ich denke, dass heute für mich wird es Erfolgsköder sein. Leute, jetzt ist noch Regen dazugekommen. Wir fangen nichts. Ich bin komplett nass. Aber wir folgen einem Indiz. Und zwar, wir haben ja kein Echolot. Aber komischerweise sind hier extrem viele Vögel gerade weggeflogen. Hier waren noch zwei, drei Komoraden am Tauchen. Ich bin der Meinung, hier könnte der Baitfisch sein. Und probieren wir einfach mal hier ein paar Würfel. Hoffentlich kriegen wir noch den ein oder anderen Fisch. Pech, Pech und noch mehr Pech. Leute, meine GoPro hat gerade ein Problem gehabt. Ich hoffe, ihr habt den Live-Pist gesehen. Datei wird repariert. Erste Scheiße. Zweite Scheiße. Papa, guck mal bitte, was ist da passiert. Der Stahl ist noch ganz. Der Snap ist einfach abgegangen. Die GoPro macht Stress. Lief die ganze Zeit. Dann habe ich raufgetippt. Da steht, Datei wird repariert. Warum auch immer. Wir hätten sogar den Live-Pist drauf gehabt. Dann regnet es jetzt noch die ganze Zeit. Und alles ist nass. Die Kamera ist nass. Und mein Vater verliert den Hecht, weil der Snap einfach kaputt geht. Und den Gummifisch natürlich auch. Scheiße für den Fisch. Scheiße für meinen Papa. Alles Kacke. Tja, Leute, ich finde es schockiert. Ich habe sowas noch nie gehabt. Snaps kaputt gegangen, so gebrochen. Keine Ahnung warum. Aber müsste halten. Also damit habe ich schon öfter Hecht gefangen und sollte nicht kaputt gehen. Aber es ist kaputt gegangen. Ja, der schöne Gummifisch ist weg. Ärgere dich nicht, Papa. Ich habe genug Gummifische. Alles gut. Ja, das weiß ich. Das ist auch nicht ein Gummifisch, der wahnsinnig viel Geld kostet oder so. Naja, sechs Euro oder so. Ja, gut. Such dir mal was aus. Ich mag ihn mal ein bisschen. Ich glaube, was dir gefallen wird, ist der hier jetzt. Ja, sowas kann sein. Sowas, oder? Ja. Das geht auch. Power gehabt. Ich sage dir, der hatte 70, 80. Vor allem, ich kenne die Route ja. Die hat früher mal mir gehört. Bis. Nächster. Nein. Schon wieder einen verloren. Ey. Aber ey. Du bist der Master. Du weißt, wie es geht. Zweiter Wurf. Ne, dritter Wurf. Da hinten, also. Hast du es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Da hing kurz wieder einer. Nicht schlecht, Papa. Nicht schlecht. So, leider macht meine GoPro gerade ein paar Problemchen. Hier, den mache ich mir jetzt ran. Probier es halt mit dem. Knall ich. Könnte die vielleicht motivieren, richtig rauszuscheppern. Da war er. Die dumme Sau. Ah. Guckt es euch an, Leute. Ich habe jetzt vor kurzem... Oh, hier. Schwanz attackiert. Oh, oh. Da, da, da. Guck mal. Der war hinterher. Der war hinterher. Oh. Vielleicht sieht man es auf der GoPro. Ich wollte nur gucken, wie tief es ist. Und der ist abgezischt. Da war schon wieder ein richtig... Der war schön. 70, 80. Alter. Leute, hier am Spot sind richtig, richtig viele Hechte anscheinend. Äh, nur extrem, extrem zickig. Ich habe gerade meinen Gummifisch stehen lassen. Wollte ihn runtergehen lassen, um zu gucken, wie tief es tatsächlich ist. Und als ich ihn stehen lassen habe und einmal runtergehen lassen habe, habe ich nur diesen fetten Schwanz vom Hecht gesehen, wie er sich einmal gedreht hat und dem Gummifisch hinterher. Puh. Bestimmt 75er oder noch größer. Ich hoffe, man sieht es auf der GoPro, aber der war relativ tief unten. Ich habe ihn selber fast nicht gesehen. Ich befürchte leider nicht. Aber jetzt weiß ich, ich muss probieren. Fische sind da. Wir müssen einfach nur Köder probieren, äh, Methoden probieren. Irgendwas wird bestimmt klappen. Da ist er. Endlich. Endlich. Haben wir ein Hecht. Sehr, sehr schön. Jawohl. Es wird dein erster Hecht für dieses Jahr. Er hat sich komplett den Köder einmal rumgedreht. Deswegen ist er nicht abgegangen. Guck mal, der Haken hängt nicht mal mehr, Gefühl. Ey, der Haken hängt wirklich nicht mal mehr. Der hat sich nur rumgedreht. Die hängen heute alle nicht. Der hat ja nur Pech, weil er sich umgedreht hat. So, Papa, da ist dein allererster Hecht dieses Jahr. Wir sind uns einig, das ist kein Monster. Genau, das ist ein Kleiner, aber lieber ein Kleiner als kein. So ist das. Kannst du wieder reinmachen, den Kleinen. Ja, der ist ja kleiner. Einmal rennen mit dem Juck. Danke dir. Und schick mal deine Oma. Na los. Du musst ihn einfach nur loslassen. Einmal nach vorne und loslassen. Zack. So. Der hat Bauer. Jetzt. Regis, kannst du vielleicht kurz auf dein Handy gucken, wie spät es ist? Oh, da war der Biss. Ich glaube es nicht. Krass, ja. Hier alle auf einem Spot. Der ist rumgedreht, ganz doll. Ja, der hat sich rumgedreht. Naja, der ist... Naja. Ein bisschen größer als der gerade eben. Aber immerhin Hecht, ey. Geil. Geil, Papa. Sehr geil. Denk knapp. Hingefallen? Soll ich den greifen für dich? Gefährlich, ich greif den. Yes, Papa. Yes, yes, yes. Ja, wohl. Zeig mal den Köder einmal. Auf den Molex Bait. Richtig geil, Papa. Ich freue mich richtig für dich. Schöner 65 Hecht. Nice. Immer ein bisschen Respekt. Mit den Zähnen. Mit den Zähnen, ja. Wie man sich nicht verletzen. Ja. Der ist schön. Jetzt geht's los. Das ist kein Riese, aber kann man schon sich freuen. Sag mal, bist du zufrieden, dass du jetzt deinen zweiten Hecht dieses Jahr hast? Na klar. Ihr seht es vielleicht an meinem Gesicht. Ich bin schon ganz schön fertig, weil wir werfen, werfen und werfen. Aber mein Vater hat jetzt endlich zwei Hechte gefangen. Ich habe mich hier mit einem bisschen größeren Köder aufgeopfert, weil wir haben tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, relativ wenig Köder dabei. Und ich versuche gerade so ein Fire-Tiger, auf Fire-Tiger und sowas, beziehungsweise auf knalligere Köder müssen sie auch mal ein bisschen aggressiver beißen. Und es hat geklappt. Nice, Papa. Petri, Petri, Petri. Jetzt muss ich neu empfangen. Oh, gibt's nicht. Da war er, schon wieder. Kurz stehen geblieben. Ja, meine Rolle hat ein Problem gehabt. Oh, die Sau. Das gibt's nicht heute. Der war nicht riesig. Der war 65 oder so. Ey. Sind die heute nervig, diese Hechte. Mann, 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 Mann. Den müsste man auf der GoPro, glaube ich, lehnen. Wenn man den nicht sieht, dann weiß ich auch nicht. Boah, sind die heute assi, die Hechte. Richtig assi. Der hatte ihn im Maul. Oder mehr oder weniger sein Maul offen. Den Köder fasst drin. Fing schon wieder nicht, ey. Ich glaub es nicht. Mann, 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 Mann. Also Spin-Stops auf jeden Fall heute machen. War ja klar, dass genau in dem Moment die GoPro nicht funktioniert. Aber einen Hecht hab ich auch dran. Aber ist ein kleiner. Na komm, mein kleiner. Das gibt's nicht. Also das war ja wieder klar, Leute. Pleiten, Pech und Pannen. So könnte man das Video heute nennen. GoPro hat nicht funktioniert. Obwohl sie die ganze Zeit an war. Was soll ich sagen? Ein kleiner Hecht. Immerhin Hecht. Immerhin Entschneidert. Vielleicht fangen wir ja noch einen besseren. Ich weiß es nicht. Einfach ist es leider nicht. Aber immerhin hat jetzt jeder von uns ein Hecht. Wir machen einfach weiter. Gucken wir mal, ob wir einen besseren bekommen. Leute, so ist es. GoPro ausgemacht. Ich hab's aufgegeben. Und da kommt plötzlich der Biss ist gleich der schönste Fisch des Tages. Oh ja, der ist schon schön. Der ist ja nicht in Frage. Wieso kescher ich ihn nicht? Das ist immer das gleiche, Leute. Die Kamera ist aus und die dicken Fische kommen. Schöner 75er. Hecht. Geiler Fisch, ey. Richtig, richtig geil. Und auf den Molixköder, den mir letztens Carlo gegeben hat auf der Angelmesse. So, Leute. Nach einigen Pleiten, Pech und Pann haben die Hechte jetzt langsam Bock. Die GoPro hab ich jetzt endlich hinbekommen. Ich weiß nicht, was mit der falsch war. Jetzt läuft sie auf jeden Fall wieder. Und wir werfen weiter in der Hoffnung, dass sie auch mal echt von mir ein Live-Biss sehen könnt. Und von meinem Vater vielleicht auch noch mal ein Live-Biss nebenbei. Ich hoffe auch, dass die Dateien nicht kaputt sind. Wir versuchen es einfach weiter. Vielleicht klappt es ja. Ich wünsche es mir ganz doll. So, jetzt läuft endlich die Kamera. Hoffentlich macht sie keine Faxen. Und hoffentlich haben die Hechte Bock. Heckt! Oh, schöner Biss. Geil! Alter! Der ist auch nicht verkehrt, der Hecht. So groß ist er nicht. Aber der hat richtig gekämpft. Alter Schwede. Alter Schwede, Leute. Aus einem Tag, der heute wirklich nicht einfach war. Das war heute wirklich nicht einfach bis jetzt. Gab es jetzt eine kleine Wende. Die Kamera hat nicht funktioniert. Die Fische hatten keinen Bock. Plötzlich, wo die Fische Bock hatten, lief die Kamera nicht. Jetzt habe ich die Kamera. Läuft. Deine Kamera läuft auch. Und jetzt habe ich ein Hecht. Ist zwar kein großer, ne? Der darf auch sofort wieder schwimmen gehen. Aber ey, Leute. Immerhin läuft es jetzt wieder ein bisschen. Ach, Alter. Das ist eine Erlösung. Wir haben jetzt beide Hechte gefangen. Und ich freue mich einfach. Also wir haben zwar noch keine Monsterhechte gefangen. Vielleicht klappt es ja noch. Wir werden auf jeden Fall noch zwei, drei Würfchen machen. Wäre auch schön, wenn wir einen großen fangen. Aber schon wieder, also davor der Hecht, bevor ich den hier gefangen habe, da lief die Kamera nicht. Habe ich zehnmal raufgedrückt. Läuft nicht, läuft nicht, läuft nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, Leute. Wir machen jetzt weiter. Ich hoffe einfach, ja, läuft noch, dass die weiterläuft und jetzt sich nicht mehr verabschiedet. Und dann ist alles super. Einmal weitermachen. Da geht noch ein Hecht. Oh, Nachläufer. Und das war ein großer. Oh, Alter Schwede. Da waren 80er Nachläufer. Papa. 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 Kurz vor Schluss fängst du hier noch einen. Alter. Und du sagst mir, das ist ein großer. Hast du mich gerade verarscht? Ja, ich glaube, ja. Hast du wirklich gedacht, dass er groß ist? Ja, ja. Achtung. Leute, das war's. Ciao, ciao. So, Freunde. Ich glaube, es ist Zeit, Stopp zu sagen. Die GoPro will mich heute wirklich komplett ver... Ja, ich werde mir auf jeden Fall eine neue GoPro kaufen müssen. Wir haben wenigstens das Ziel von meinem Vater erreicht. Zwei Hechte für meinen Vater. Ich hatte auch zwei Hechte. Drei Hechte sogar. Einen kleinen hatte ich auch noch. Grundsätzlich so schlecht war es nicht, aber ihr könnt verstehen, glaube ich, dass ich ein bisschen geärgert bin, dass meine GoPro nicht mehr funktioniert und dass die Hälfte der Live-Bisse nicht drauf sind und so weiter und so fort. Ich werde auf jeden Fall eine neue GoPro kaufen oder die irgendwie reparieren und im nächsten Video seht ihr dann auf jeden Fall mehr Live-Bisse. Also hat es dich gefreut, mal wieder mit mir angeln zu gehen? Ja, klar. Habe ich nicht mehr die Möglichkeit so oft mit dir angeln zu gehen und das ist für meinen Vater wieder ein sehr schöner Moment gewesen und freue ich mich auf den nächsten Trip zusammen. Ja, mich hat es natürlich auch gefreut, wieder mal mit meinem Vater, meinem Lehrer des Angelns, denn der war mit mir das allererste Mal in meinem Leben stüppen, angeln gewesen zu sein. Und ansonsten, ich meine, wir haben jeder drei Hechte gefangen, waren keine Monster, aber das grundsätzliche Ziel ist erreicht und ich wünsche euch einen schönen Abend, wenn ihr das jetzt abends schaut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.